Kurz nach 14 Uhr kam es am Freitagnachmittag auf der BAB 6 bei Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den Unfallermittlungen sind fünf Fahrzeuge in das Unfallgeschehen involviert gewesen, darunter zwei Lastkraftwagen. Ein PKW-Fahrer übersah nach Angaben der Polizei ein Stauende und fuhr auf ein anderes Auto auf. In der Folge des Zusammenprall wurden weiter ein PKW und zwei LKW beschädigt. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauerten bis gegen 15.45 Uhr an. Die A6 musste zeitweise in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Zwei Autos wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017